Hängt bei Franziska von Almsig der Haussegen schief? Ihr Verlogter Jürgen B. Hader wurde in Berlin mit einer anderen erwischt. Auf den Bildern in der aktuellen Gala ist der Geschäftsmann beim intimen Cocktail-Date mit einer blonden Frau zu sehen. Die beiden verbrachten den Abend gemeinsam in der Hotelbar der Savoy. Einmal legte Hader sogar seine Hand auf den Rücken seiner Bettleitung. Ist der 54-Jährige fremdgegangen? Eine Bekannte des Paares gibt Entwarnung. Angeblich handelte es sich nur um eine gute Freundin des Millionärs. Die Aufnahmen seien auch schon vier Monate alt. Und Franziska? Die Ex-Schwimmerin sei total entspannt. Ist halt nicht das erste Mal, dass die Gerüchteküche um sie herum brodelt. Die 35-Jährige steht zum Vater ihrer zwei Söhne. Übrigens schon seit neun Jahren und nach wie vor ohne Trauschein. Daran scheinen auch diese pikanten Bilder nichts zu ändern.